so wir sind wieder in der wütze unterwegs und ich begrüße aufs aller herzlichste bei einer neuen folge von minecraft wir haben jetzt das dach fertig wie ich das gerne haben wollte da freue ich mir wieder ein zweites loch in po ja so jetzt haben wir jetzt auch schon mal ganz viel an sand abgebaut hier hinten aber da dauert alles viel zu lange ohne unser diamant werkzeug das sieht richtig schön aus das gefällt mir ja das gefällt mir unser kleiner bahnhof jetzt müssen wir wohl oder übel jetzt bist du fällig jetzt ist aber schluss hier mit lustig doch auch dich vom acker jetzt aber ganz schnell so verdammtes kackvieh ja da kannst du ruhig lachen wir müssen auf jeden fall erstmal zurück in unser dorf weil ich möchte gerne unser diamant werkzeug holen und das müssen wir aufpimpen und das machen wir jetzt einfach mal weil ich sehe nichts mehr ne man ist die eisenbahn heute laut ist ja wahnsinn ich glaube wir müssen die schienen mal ölen so geht ja gar nicht ja wir fahren wieder eisenbahn tuff 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 die eisenbahn wo ist denn unser dorf ja wo ist es denn da ist es da ist es ja wir sind zu hause wir sind zu hause wow das ist aber schön hier aber jetzt müssen wir aber wir sind jetzt einmal hier mir ist da nämlich noch was eingefallen genau wir machen hier noch eine reihe extra so die so die du die du eben was machen und dann werden wir hier ein bisschen licht machen so ein bisschen licht und da machen wir mal eben ein bisschen weg ja da haben wir zum glück noch ein paar stufen dann ist man nicht immer hier so blöde rumlaufen müssen und dann gehen wir mal hier schön da eine facke linge da eine facke linge und da machen wir warte 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 so mit pack und dann damit wir nicht mal hier durch dunkle laufen müssen weil jetzt ist ja hell aber so wir haben den falschen weg genommen aber es ist nicht schlimm alles klar hier ja alles klar ja unsere pferde drehen voll am rad wir sind zu hause da freuen die sich im ast ab so jetzt müssen wir mal schauen und den lindel und die lindel und die lindel und die lindel und die lindel mit so wo ist unser diamant werden dann immer mal ein paar mit die nehmen wir jetzt auch mal mit so und blick ich wollte noch was mit mir und mit die nehmen wir auch mal mit so was haben wir hier da ist die schippe und unsere spitzhacke das nehmen wir auch mal eben mit können auch noch mitnehmen wir nehmen jetzt alle reste mit was haben wir hier noch drin dann lassen wir die lieber hier bomb bomb flower 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 power nee flower wollte ich jetzt nicht so tut du 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 okay dann haben wir das was ich wollte da müssen wir jetzt mal eben schnell in die schmiede laufen so es wird schon wieder dunkel oder was ich glaube das alles nicht ich spiele nur noch im dunkeln oder wie pferde überbevölkerung so jetzt ist aber eben gucken jetzt habe ich ja den einmal mitgenommen weil irgendwie ist die lava hier raus bopp jawoll sonst musst du noch fließen okay das geht nicht dann ist das doch so machen aber zum lück ist unser wasser noch da du du und die tut die hulle haben wir leider nicht das ist noch mal unsere schippe reparieren ich darf so sieben erfahrungspunkte elf erfahrungspunkte Machen wir Dung, dung, dung Super Können wir da auch noch was machen? Wahrscheinlich Nein, können wir nicht Okay Nicht schlimm Was? Wir haben eindeutig zu viele Pferde Kinders, wir haben zu viele Pferde Ist ja der absolute Wahnsinn So Du, 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 du Jetzt bringen wir nur noch eben schnell Den Diamanten weg Und dann geht es ab in die Witze zurück Wupp So, Diamanten Weg Zwölf Stück noch, okay Den Eimer, den lassen wir auch hier Entschuldigung So Sonst haben wir jetzt nicht wirklich was Was ich mitnehmen möchte, oder? Ne, ne Ab zur Bahn Oh, jetzt ist ja dunkel Jetzt können wir mal schauen Wie wir um die Kurve kommen Hilfe Wie das mit der Beleuchtung aussieht Die wir uns da unten gezimmert haben Ja, ist klar Brumse, Sumse Oh ja, das ist schön Und schwuppdiwupp So, das ist Prima Klima Und los geht's Ab nach Hause Wir fahren mit der Bimmelbahn Das wäre auch schön Wenn sie da bei Minecraft mal was anderes machen würden Dass man halt so eine richtige Bahn hätte Oder auch ein paar Ja, wie so eine Eisenbahn Dass sie da was machen Nein, es fängt an zu regnen Och, komm Das ist doch jetzt kacke wieder Hallo, nicht regnen Ist immer dasselbe Entweder ist es dunkel Oder es regnet Aber was soll ich sagen Das sind die Nachteile Wenn man halt im Dschungel spielt Uh, unser Bahnhof Und unsere Pyramide Wo ist sie? Hallo Ah, da ist sie Schön Und 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 Dong Angedockt Supi Supi So, es regnet In Strömen Oh, hier hat es aufgehört zu regnen Hm So, jetzt wollte ich noch eben was ausprobieren Ich bin ja so ein kleines Spielkind Ja Jetzt machen wir hier so ein So ein bisschen Grünfläche davor So 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 Machen wir so ein bisschen Grünfläche Ja Schön Und dann müssen wir hier nur noch Hier nur noch Erde reinpacken Ja Ja Blub 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 Das selbige machen wir hier Blub So jetzt probieren wir gleich mal wieder unsere Wow Wow Das geht mal wirklich schnell Würde ich mal so sagen so es war hier wirklich schön die erde ein bisschen grün muss sein ja so das sieht doch mal richtig schön aus jetzt werden wir hier ein bisschen abbauen müssen volle lotte kinder das ist verdammt viel das ist zu viel sand viel zu viel sand aber das geht ja wie die feuerwehr da hinten regnet sie aber hier in der wüste nicht das ist schön nur im hintergrund wie sieht das aus oh ja das ist schön das hier fällt mir so da haben wir schon mal wieder ein bisschen was geschafft ok wollen wir mal schauen wie viel wir hier raus kriegen jetzt das wird verdammt viel arbeit werden wir haben wieder löcher gemacht nein keine löcher keine löcher so nicht mein freund so nicht ich glaube jetzt erstmal die seite hier weg so wir haben ja auch schon viel im dorf terraformt was er da angeht dann werden wir das mit dem sand hier auch noch meistern so in 300 folgen sind wir dann fertig dahinten regnet es immer noch und hier nicht so immer weg hier du vogel sonst waren die reihe auch noch so ich glaube die ich schneller als wir laufen können so das gucken wir nochmal was haben war jetzt haben aber alter schwede wenn wir alles so viel hätten wie sand das wäre ja schön, das machen wir erstmal daraus wieder ja, und dann haben wir wow das gefällt mir einer bleibt über cool zwei 64er Sticks und ja, und ja gut wir müssen noch weitermachen es hilft alles nicht wir ziehen noch eine Runde durch weil die Pyramide wird glaube ich einiges verschlingen an Sandstein, was ich da vorhabe und deswegen müssen wir hier so so, ne jetzt schauen wir mal eben das ist alles so ein bisschen kacker hier wir sind das ist ein Loch ne, das geht gar nicht wir müssen noch mal eben hier zu machen blub lassen wir diese Wasseroase ich denke ja, da müssen wir das hier noch alles oh ne, alter Schwede alles wegzimmern oh mein Gott gut, wenn wir das hier alles wegzimmern wollen dann sind wir wahrscheinlich nächste Woche noch dran und ich kann heute Nacht keinen Sand mehr sehen und Löcher machen wir oh, ich kriege die Krise ich habe mit den Löcher ich glaube ich sollte mir langsam mal Gedanken machen blub boah das ist verdammt viel was wir hier wegzimmern müssen hohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho das geht ja relativ schnell mit unserer diamantschaufel werden wir jetzt einfach mal ein bisschen einfach machen 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 so wie hier ja das geht doch ich denke mal jetzt da noch ein paar mal durch und dann sind wir schon fällig so sieht er auch guck mal guck dir an wie schnell wir sind die kriegen den ersten preis im sand abbauen aber ich will dann sind noch ein mitnehmen so blub 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 das klima weg also das geht man hier um sagt immer mit der lüchter machen jungs was machte denn jungs tief las den kack sein jawohl blub 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 der sand fliegt ja in alle himmels richtung hier oder sandstein drunter schön nee geht nicht geht jetzt nicht wirklich nicht so wie weit kommen wir denn jetzt noch wie kommen wir denn noch kein mensch weiß es wie weit wir kommen aber der elefant nimmt ein bad das ist vernünftig kollege so blub 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 oder sieht gut aus das sieht wirklich gut aus wir kommen glaube ich hier dem ende ja wir kommen dem ende hier oben schon mal naja was habe ich gesagt mit der diamantschippe geht das wie nix wie nix geht hat so haben wir das hier schon mal oder sieht das sieht aber cool aus ne das sieht schön aus ja